KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Als voller Erfolg erwies sich die siebte Jobmesse der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Dabei präsentierten sich über 30 Unternehmen sowie soziale Einrichtungen und Institutionen und warben vor Ort um die Arbeitskräfte von morgen. Über 700 Studierende, Absolventinnen und Absolventen, aber auch Schüler und Young Professionals nutzten die Gelegenheit und informierten sich über Trainee-Programme, Einstiegsstellen und Studierendenjobs, Praktika und praxisrelevante Themen für Bachelor- und Masterabschlussarbeiten. Sie ist gedacht für Akademikerinnen und Akademiker, also Absolventen unserer Hochschule. Allerdings nicht in der Perspektive alleine, dass sie schon fertig sein müssen. Also das ist natürlich der hauptsächliche Fokus der hier ausstellenden Unternehmen, dass man gute Kräfte abgreifen kann, im besten Sinne, also sozusagen gewinnen kann. Aber die Firmen bieten auch beispielsweise Praktika oder Werksstudienplätze an. Dabei fand die Jobmesse in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge an zwei Standorten statt, um potenzielle Arbeitgeber und Nehmer noch passgenauer zusammenzubringen. Ausstellende Wirtschaftsunternehmen präsentierten sich und ihr Angebot auf dem zentralen Campus in Ludwigshafen-Mundenheim. Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich stellten sich im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen in der Innenstadt vor. Neben den Ständen mit Informationen und Beratung der ausstellenden Unternehmen gab es einen Bewerbungsmappen-Check der Agentur für Arbeit und des Hochschul-zugehörigen Career Centers, Tipps von der Techniker Krankenkasse für ein Studien- bzw. Arbeitsleben in Balance, sowie Infos zur Hochschule als Bildungseinrichtung wie Arbeitgeberin. Die anwesenden Firmen zeichneten dabei ein durchaus positives Gesamtergebnis. Sie sehen, sie ist gut besucht, ist ja auch schon eine Institution hier in Ludwigshafen und an der Hochschule. Mit was für Fragen kommen die Interessentinnen und Interessenten auf Sie zu? Also wir hatten bis jetzt Anfragen bezüglich Praktikumsplätzen, Tätigkeiten in den Ferien, qualifizierten Tätigkeiten. Da können wir in Einzelfällen auch etwas anbieten. Praktika, immer in Absprache mit den Fachabteilungen. Wir hatten auch schon die eine oder andere Frage für duale Studienplätze. Wir bieten ja die Ausbildung zusammen mit der Dualhochschule in Mannheim an. Eine sehr interessante Variante, auf die wir hier auch schon angesprochen wurden. Raundebaut, sind Sie wieder zufrieden mit der Messe hier an der Hochschule Ludwigshafen? Ganz sicherlich, im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Und Sie wissen ja auch, wir zeigen gern Flagge in der Region, weil wir uns als regionale Sparkasse auch stets mit der Region verbunden fühlen. Also wir bieten eigentlich alles von Praktikantenstellen zu Werkstudentenstellen. Für Leute, die eine Bachelorarbeit schreiben wollen im Unternehmen, eine Masterarbeit, aber auch dann zum Direkteinstieg. Also da haben wir eigentlich alles per Beet. Wir sagen auch immer den Kandidaten, wenn gerade bei uns aktuell keine Stelle frei ist, dass die Leute sich trotzdem initiativ bewerben können bei mir. Und dann schauen wir immer ganz individuell, wir sind ein flexibles Unternehmen. Da kriegen wir das sicherlich irgendwie hin, dass wir den Kandidaten auch etwas anbieten können. Danke! Vielen Dank.